Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens DaddyDax heute am Dienstag, dem 15. Juni 2021. Noch ist der Handelstag noch nicht vollends vorüber, noch wenige Minuten, aber wir sehen, dass der Deutsche Aktiendex wieder mal versucht hat, ein neues Rekordhoch zu erzielen. Daran scheiterte leichte Gewinnmitnahmen setzten dann wiederum vom Tageshoch ein. In Summe muss man jedoch sagen, wir sehen eigentlich nun schon seit rund einem Monat das gleiche Spiel eigentlich immer wieder. Zwischendurch resultiert ein neues Hoch, es erfolgt ein Abverkauf und immer wieder sehen wir, dass es derzeit ein wenig hier anhält. Für mich hat das Ganze weiterhin sehr stark einen sogenannten Top-Bildungscharakter, insbesondere seit rund zwei Wochen, weil die Handelsspanne auch sehr, sehr eng wird. Fakt ist allerdings auch, dass eben oberhalb von 15.500 Punkten die Chartlage weiterhin zugunsten der Bullen ausgerichtet ist, was sich jedoch auch schlagartig natürlich ändern kann. Ändern könnte es vor allem auch der bevorstehende Hexen Sabbat, sprich der große Verfall. Dieser hat vor allem auch noch große Auswirkungen oder möglicherweise eben große Auswirkungen auf den künftigen DAX-Verlauf in den kommenden Handelswochen. Entscheidend könnte auch derzeit die Entwicklung bei Covestro sein, denn wir sehen nun, dass hier der übergeordnete Trend wohlgemerkt seit rund 15 Monaten jetzt eben droht zu scheitern und das könnte eben dazu führen, dass es bei Covestro auch hier mit der Abwärtsbewegung weitergeht, weil man ja gleichzeitig nun droht unter eine Kursunterstützung zu rutschen. Die sogenannte 200-Tage-Linie könnte jetzt alsbald getestet werden und mit einem Rutsch darunter könnte es eben auch ganz klar unter die Marke von 50 Euro gehen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, weiterhin viel Erfolg und bis morgen früh natürlich dann wieder mit dem Blick auf die Wall Street.